Moin Leute was geht ab? Euer FCC Fernandes. Herzlich willkommen zu einer Runde um Master Builders auf den Hypixel-Servern. Das Spiel startet in 5, 3, 2, 1. Einen Droiden müssen wir bauen. Einen Droiden. Ich denke hier ist ein Star Wars Droidsbomb. Ich habe hier drin auch so eine rote Kontrollteile. Ach das sieht so voll krackt aus. Was ist das? Ich werde es auch bescheinig auch noch schreiben. Heute Abend in der Darts Folge. Es wird ein Frage-Antwort-Special. Wer diese Folge noch nicht gesehen hat, diese verlinke ich euch in der Videobeschreibung. So. So. Nach 2 Minuten 35 Sekunden. Ja. So. Hier brauche ich mir noch eine hier. Ja. So. Hier brauche ich mir noch eine hier. kochang. Ich werde jetzt... vom. eine minute das ist das werden so ganz kann ich erkennen. Ja, und da sind zwei Fenster, das ist ja hier dieser. Wenn man beim Gegner abgucken kann, denke ich mal. Noch 1-101, okay, da kann ich eigentlich nicht mehr. So einen kleinen Druider-Nebenbastel. Dann bekommen dann auch einfach noch so 2 rote Augen drauf gesetzt. Oder ein rotes Auge. So, 1, 2, 1, 1, 12. Okay, das ist so ein Ruter. er hat das weiß ich was ok ok was soll das sein der hat gar nichts gebaut den linken beziehungsweise die server ip ich hoffe wir werden nicht so schlecht abschneiden wie ich erwarten werden super ja meine meine lieben freunde ich würde vorschlagen wir sehen uns heute im 18 uhr video und bis dahin haut rein tschau tschau